Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1651 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sind uns einig. Wir machen genau das, was wir besprochen haben. Wir sind uns einig. Wir machen genau das, was wir besprochen haben. Sofort anhalten und Zündschlüssel abziehen. Ich benötige Ihren Führerschein und Fahrzeugschein. Sofort anhalten und Zündschlüssel abziehen. Ich benötige Ihren Führerschein und Fahrzeugschein. Sofort anhalten und Zündschlüssel abziehen. Ich benötige Ihren Führerschein und Fahrzeugschein. Zu Ostern hat meine Mutter einen speziellen Kuchen gebacken. Möchtest du daran riechen? Zu Ostern hat meine Mutter einen speziellen Kuchen gebacken. Möchtest du daran riechen? Möchtest du daran riechen? Morgens nach 9 Uhr ist der Bus ziemlich leer. Möchtest du daran riechen? Ich bekomme immer einen Sitzplatz. Möchtest du daran riechen? Möchtest du daran riechen? Ich bekomme immer einen Sitzplatz. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Habt ihr irgendwelche Vorschläge, die wir diskutieren können? Wir unterstützen uns im Büro gegenseitig und erzielen so das beste Ergebnis. Wir unterstützen uns im Büro gegenseitig und erzielen so das beste Ergebnis. Ist das Paket für mich? Ich kann nicht glauben, dass ich ein so großes Paket bekomme. Bisher konnten wir den Fehler nicht finden. Wir müssen weitere Tests machen. Bisher konnten wir den Fehler nicht finden. Wir müssen weitere Tests machen. Es sind nur wenige Menschen am Meer. Es ist Frühsaison. Es sind nur wenige Menschen am Meer. Es ist Frühsaison. Möchtest du Kaffee, Croissants und einen Plausch mit mir? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich fülle einen Blumentopf mit verschiedenen Pflanzen. Ich fülle einen Blumentopf mit verschiedenen Pflanzen. Wir warten gemeinsam vor dem Hotelaufzug. Wir warten gemeinsam vor dem Hotelaufzug. An dieser Stelle solltest du noch eine Änderung durchführen. Dann funktioniert es besser. Kann man auch in der virtuellen Realität einkaufen? Ich weiß es nicht. Frag Dominik. Kann man auch in der virtuellen Realität einkaufen? Ich weiß es nicht. Frag Dominik. Warum gehst du jetzt? Wir wollten doch miteinander reden. Warum gehst du jetzt? Wir wollten doch miteinander reden. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Meine Käufe im Internet bezahle ich immer mit meiner Kreditkarte. Meine Käufe im Internet bezahle ich immer mit meiner Kreditkarte. Die Heidelbeeren sind reif. Wir können daraus einen leckeren Nachtisch machen. Die Heidelbeeren sind reif. Wir können daraus einen leckeren Nachtisch machen. Ich werde nicht mehr länger warten. Andrea hat wohl unser Treffen schon wieder vergessen. Ich werde nicht mehr länger warten. Andrea hat wohl unser Treffen schon wieder vergessen. Ich leite eine Kfz-Werkstatt und habe keine Angst davor, mir die Hände schmutzig zu machen. Dieses Restaurant serviert gebratene Nudeln in Sojasauce. Dieses Restaurant serviert gebratene Nudeln in Sojasauce. Dieses Restaurant serviert gebratene Nudeln in Sojasauce. Die Probleme am Arbeitsplatz nehmen zu. Ich habe Angst vor einer Kündigung. Die Probleme am Arbeitsplatz nehmen zu. Ich habe Angst vor einer Kündigung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Eingang. Untertitelung des ZDF, 2020